Der niederschmetternde Tod von beiden Söhnen von Robert Redford Robert Redford ist einer der berühmtesten Schauspieler auf der ganzen Welt. Berühmt wurde er durch Filme wie All the President's Man, The Sting und Budge Cassidy and the Sundance Kid. Außerdem wagte sich der Schauspieler später in seiner Karriere an die Regie, eine Leistung, die sein künstlerisches Profil erheblich steigerte. Trotz des immensen Erfolgs, den Robert in der Branche fordert, hat er ein bewegtes Privatleben mit zahlreichen Tragödien geführt. Das Publikum wird Robert Redford wahrscheinlich aus seinen Rollen in zahlreichen Filmen kennen. Aber nur wenige Menschen wissen über das Privatleben des angesehenen Schauspielers und Filmemachers Bescheid. Robert hat zu Lebzeiten zweimal geheiratet und ist zudem stolzer Vater von vier Kindern. Nur leider sind zwei dieser Kinder eines tragischen Todes gestorben. Robert teilt seine Kinder mit seiner ersten Frau, Lola van Wagenen. Robert und Lola heirateten bereits 1958. Und kurz darauf, im September 1959, brachten sie ihren ersten Sohn zur Welt. Die beiden waren unglaublich glücklich, Eltern geworden zu sein. Aber die Tragödie stand unmittelbar bevor. Das erste Kind von Robert und Lola heißt Scott. Weniger als drei Monate nach Scotts Geburt starb das kleine Kind einem sogenannten plötzlichen Kindstod. SIDS bleibt ein unglaublich mysteriöses Ereignis. Und die neun Eltern waren sowohl schockiert, als auch am Boden zerstört, als sie feststellten, dass ihr neugeborenes Baby in seiner Krippe gestorben war. Trotz der Tatsache, dass das Ereignis sowohl von Robert als auch von seiner Frau an den großen Tribut forderte, hielten die beiden durch und schafften es, ihre Beziehung stark zu halten. Nach dem Tod von Scott versuchten Robert und Lola erneut erfolgreich, Eltern zu sein. Nach Scotts Tod Ende 1959 wurde der Säugling auf dem Promo City Symmetry in Provo in Utah beigesetzt. Robert hielt den Tod seines erstgeborenen Sohnes eine Zeit lang geheim, indem er einfach glaubte, dass es nicht die Angelegenheit der Öffentlichkeit sei. Robert und Lola legten ihre Trauer schnell beiseite und machten gemeinsam einen zweiten Versuch, Eltern zu werden. Und dies erfolgte mit der Geburt ihres zweiten Kindes im Jahr 1960. Ihr zweites Kind war eine Tochter namens Shauna. Robert und Lola machten sich in den ersten Monaten von Shaunas Leben aufgrund der Erfahrungen mit ihrem ersten Kind verständlicherweise Sorgen. Zum Glück wuchs Shauna zu einem gesunden, jungen Mädchen heran. Nach Shaunas Geburt brachten Robert und Lola ein drittes Kind zur Welt, James. James wurde 1962 geboren. Einige Jahre später beschlossen Robert und Lola, dass es an der Zeit war, ihrer Familie in Form der zweiten Tochter Amy einen neuen Zuwachs hinzuzufügen. Amy wurde 1970 geboren. Robert Redford kämpfte in den 60er Jahren darum, sich einen Namen zu machen und bekam einen großen Durchbruch, als er die Titelrolle des Sundance Kid in Butch Cassidy and the Sundance Kid erhielt. Zum Zeitpunkt von Amys Geburt im Jahr 1970 war Robert an der Spitze der Welt. Nach der Geburt seines vierten und letzten Kindes. Robert würde schnell zu einem der größten Stars in Hollywood aufsteigen. 1974 hatte er einen weiteren Hit mit Paul Newman, der sein Co-Star in The Butch Cassidy and the Sundance Kid war. Dieser neue Film hieß The Sting und wurde ein noch größerer Erfolg als der erste gemeinsame Auftritt des Paares. Leider haben sie nie wieder einen Film zusammen gedreht, obwohl sie gute Freunde geblieben sind. 1976 spielte Robert in All the President's Man, was den Schauspieler weiter als dramatischen Star festigte, mit dem man in Hollywood rechnen muss. Einige Jahre später verzweigte sich der Schauspieler in die Regie von Ordinary People aus den 80er Jahren. Der Film war ein großer Erfolg und Robert wurde einer der wenigen Menschen in der Geschichte, der für sein Spielfilmdebüt an den Oscar als bester Regisseur gewann. Der Film gewann auch viele andere Preise, darunter den Oscar für den besten Film. Robert kam in den 80er Jahren auf jeden Fall zu Höchstleistungen, aber seine Ehe brückelte inmitten seines zunehmenden Ruhms. Das jüngste Kind von Robert und Lola war zweistellig und das Paar war weniger interessiert einander als je zuvor. Robert verbrachte aufgrund seiner Erwachsenenkarriere immer mehr Zeit außerhalb der Familie und das Paar beschloss schließlich, es 1985 mit ihrer Ehe zu beenden. Trotzdem pflegten sie eine enge Freundschaft und fuhren fort, ihre Kinder gemeinsam zu erziehen. Trotz der Tatsache, dass die drei Kinder von Robert und Lola zu Erwachsenen herangewachsen sind. Einer von ihnen ist erst kürzlich eines tragischen Todes gestorben. Aus diesem Grund musste Robert mit ansehen, wie zwei seiner Kinder starben, was kein Elternteil tun sollte. James ist das zweite von vier Kindern von Robert und Lola, das es ins Erwachsenenalter geschafft hat, sowie der zweite Sohn des Paares insgesamt. Nur leider ist James auch das zweite von Roberts und Lolas Kindern, das verstorben ist. Der Mann führte jedoch ein langes Leben vor seinem kürzlichen Tod. James trat schließlich in die Fußstapfen seines Vaters, in dem er Regisseur wurde und mehrere preisgekrönte Dokumentar, Fernsehprogramme und Filme mit Schwerpunkt auf der globalen Erwärmung inszenierte. Ein Thema, für das sich auch sein Vater begeistert. Einige von James' Werken umfassen Happening, A Clean Energy Revolution aus dem Jahr 2017, sowie Toxic Hot Seed aus dem Jahr 2013. Vor seinem kürzlichen Tod war James auch verheiratet und hatte zwei Kinder, genau wie seine ältere Schwester. James heiratete 1988 seinen Ehepartner Kylie und die beiden bekamen zwei Kinder, Dylan und Lena. Genau wie bei Seanas Kindern hat Robert eine sehr enge Beziehung zu den beiden Kindern von James entwickelt. Im Oktober 2020 verstarb James und markierte den zweiten Tod eines Kindes, den Robert Redford zu Lebzeiten erleben musste. James war damals 58 Jahre alt und hatte erst kürzlich mit ihm den 84. Geburtstag seines Vaters gefeiert. James hatte mehrere Jahre gegen Leberkrebs gekämpft, bevor er schließlich erlag. Kylie überlebte ihn, zusätzlich zu den beiden Kindern, die das Paar geteilt hatte. Robert Redford hatte seinen 84. Geburtstag nur zwei Monate vor dem Tod seines zweiten und letzten verbliebenen Sohnes gefeiert. Neben James nahmen auch Roberts andere Kinder, sowie seine Enkelkinder und seine zweite Frau an der Feier des Schauspielers teil. Roberts zweite Frau ist eine Frau namens Seville Saggers und die beiden haben 2009 geheiratet. Seit Roberts Rolle in dem Spielfilm The Old Man and the Gun aus dem Jahre 2018 ist der Schauspieler und Regisseur praktisch im Ruhestand. Er kam jedoch für eine sehr kurze Zeit aus dem Ruhestand, um seine Rolle in dem Film Avengers Endgame von 2019 zu wiederholen. Robert wiederholte die Rolle, die er zuvor in Captain America The Winter Soldier gespielt hatte. Obwohl es möglich ist, dass sich Roberts kurze Rolle in Avengers Endgame als seine letzte filmische Arbeit erweisen könnte, sind viele, die Robert nahestehen, optimistisch, dass der Schauspieler wieder aus dem Ruhestand kommen könnte, wenn er später das richtige Projekt bekommt. Kommentieren Sie jetzt unten, um mitzuteilen, ob Sie der Meinung sind, dass Robert Redford aus dem Ruhestand kommen sollte oder wenn Sie traurig waren, als Sie erfuhren, dass der legendäre Filmemacher den Tod seiner beiden Söhne miterleben musste. Liken Sie dieses Video wie immer, um Ihre Unterstützung zu zeigen und abonnieren und klicken Sie auf die Benachrichtigungsglocke, wenn Sie zu den ersten gehören möchten, die wissen, wenn weitere unserer Videos auf dem Weg sind. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.